Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein Mann parkt mit seinem Auto auf einen Behindertenparkplatz. Steigt aus und will weggehen. Eine Politesse sieht das. Geht hin und fragt ihn. Entschuldigung, das hier ist ein Behindertenparkplatz. Jetzt dürfen Sie nur parken, wenn Sie einen Behindertenausweis haben. Haben Sie einen Behindertenausweis? Sind Sie behindert? Der Mann dreht sich um, schaut die Politesse an und sagt ZORRETT FATTE! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Danke an Soja H. für diesen Montagswitz. Sie hat ihn mir via Facebook geschickt. Wenn ihr einen Behindertenwitz habt, den ihr gerne hier als Montagswitz hören wollt, lasst es mich wissen. Ich brauche noch ein paar Witze, um das Jahr voll zu kriegen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit diesen und den anderen Montagswitzen. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Hier bei MabacherTV. Wenn ihr mir ein Abo da lasst. Baba!